Ich habe eine Jeansjacke von Levi's für 30 Euro beim Secondhandler angekauft. Die war mir aber viel zu groß. Das war XXXXXL. Und deswegen habe ich sie mir erstmal ein bisschen kleiner gemacht. Also erstmal alles abgeschnitten, was zu lang war. Und dann habe ich das in den Seiten enger genäht. Und dann habe ich halt hinten und vorne so Stoff praktisch rausgenommen. Also rausgenäht, damit es enger war. Und dann habe ich mir so Teddystoff besorgt. Und erstmal genau an diesen Rändern da und am Kragen durch den Scheiß reingenäht. Und dann habe ich mir für die Seiten zwei Teile gemacht. Und für den Rücken. Die Arme habe ich nicht gemacht, weil das fand ich irgendwie geschissen. Das sah irgendwie komisch aus. Und dann habe ich noch vorne diese kleinen Ärmchen und unten den Saum. Und das hat so lange gedauert und ich musste sogar mit der Hand nähen. Und am Ende sah das so aus. Und man sieht nicht, wie viel Arbeit das war. Ich habe drei Tage gebraucht. Fucking drei Tage. Aber ich sehe so reich aus mit dieser Jacke.